Fachkundige Beratung kann bei der Berufswahl und während einer Ausbildung bei der Bewältigung des Familienalltags unterstützen. Jugendliche bis zum Alter von 27 Jahren erhalten besonders ausgiebige Beratung zum Thema Beruf und Arbeit. Gerade in dieser Zeit wird die Weichenstellung für das künftige Berufsleben gelegt. Mit einem Blick auf die persönlichen Stärken, Fähigkeiten und Interessen besteht die Möglichkeit, das volle Portfolio zum Einstieg in die Berufswelt kennenzulernen. Die Bandbreite geht über passende Schulabschlüsse, klassische Ausbildung bis zum Studium und Zusatzqualifizierungen. Es geht dabei weniger um direkte Arbeit, sondern vielmehr den Boden zu schaffen, um als junger Mensch gute Chancen im Arbeitsmarkt zu erhalten. Da dieses Thema eine so wichtige Grundlage der Zukunftsgestaltung junger Menschen ist, kümmern sich viele Institutionen darum. Bitte nutzen Sie unbedingt die Chance, denn es geht um Ihre berufliche Zukunft. Eine vorherige Anmeldung ist immer sinnvoll. Eine vorherige Anmeldung ist immer sinnvoll. Eine vorherige Anmeldung ist immer sinnvoll. Vielen Dank.